ich schau einmal von der ich halte die kamera einfach so und schau einmal von der von der einstellung ja schaut gut aus jetzt habe ich gerade gesehen speicherkarte ihr könnt euch wieder einfach so zusammenstellen ich gehe noch mal ein tick zurück dann habe ich euch noch 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 größer drauf einmal luki luki das ist ein toller tag heute ich habe das april 2014 glaube ich das erste mal gemacht und manchmal mache ich das so dass die leute die bilder sich kaufen können und wenn ich das filme dann schenke ich den leuten die fotos und sehr schön vielleicht sogar einmal wenn wenn du dich sonst einfach hier hinsetzt du setzt sich einfach auf seinen schoß ich kann sonst auch einmal einfach die hier so rauf legen und geht geht schön eng zusammen sehr schön genau ihr könnt schön schüppischeln ich habe so eine langsame speicherkarte hier drin und noch ein kurs habt ihr habt ihr habt ihr eine sonnenbrille mit nee sonst kannst du noch mal eins mit der sonne probieren also wenn ihr euch einfach wenn ihr euch einfach hier hinstellt das ist das ist nicht immer so einfach die 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 augen offen zu halten aber ja genau das ist von den farben auch ganz schön mit 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 dem sonnenlicht die die ganzen farben sind sehr intensiv sehr schön und vielleicht wenn du dich noch mal vor ihm stellst und du umarmst sie einfach so ja genau sehr schön und schaut noch mal so ein bisschen zueinander sehr schön können wir noch mal bilder machen wo wir wo es ein bisschen natürlich ist ja also wo wir einfach auch gehen oder so ja ihr könnt doch einfach ja wir können das auch machen bleibt euch einfach mal hier und ihr könnt gleich einfach so hier entlang laufen und ich schau einmal und auch einmal auch einmal gegenslicht ein moment bap 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 sehr schön ok 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020